Hallo, ich bin Jumika und bin 11 Jahre alt. Ich habe Eislaufen mit 5 Jahren angefangen. Mein grösster Ziel bei SESO im Eislaufen ist, dass ich mich mit der Schweizer Meisterschaft qualifizieren kann, weil ich den U-Kuppen-Test bin. Doch damit ich das Ziel erreichen kann, brauche ich hartes und intensives Training, das Turningslager. Bisher habe ich immer mit einem minimalen Training trainiert. Nebenbei noch viel zu tun für die Schule und für die Musikstunden. Und ich habe sogar einen Wettkampf-Tag genommen und bin immer auf dem Modest gestanden. Doch das minimale Training denkt jetzt nicht mehr. Ich brauche und ich will hartes und intensives Training, damit ich mein Ziel erreichen kann. Doch damit wir das finanzieren können, brauche ich nämlich eure Hilfe. Hallo zusammen, ich bin Jumika und bin 6 Jahre alt. Ich habe Eislaufen mit 3 begonnen. Mein grösster Ziel ist in diesem Jahr, alle Doppelsprünge können stehen und machen. Und auf dem höchsten Rang, auf dem höchsten Protest stehen, so wie ich auch immer gestanden bin. Wir zwei geben uns sehr viel Mühe. Wir hoffen, dass sie an uns glauben und dass sie uns unterstützen würden. Wir danken jeder Spende, die sie uns spenden. Ich bin Jumika und bin Jumika und bin Jumika und bin Jumika. Schaus... Gramm. Zack. Bis zum nächsten Mal.